ab ich hier es ist wo er singt sich das sind sie auch hier oder sind sie zwar scheiße das Motorrad aber auch vollen Sprit ich kann ja noch die ganze Zeit durch die Gegenteil es macht das schön ich stehe direkt bei der Tanke an dem Kleidlitzchen jetzt aber auch krachen oder weil ja man darf nicht schütteln Unfälle sind recht tödlich, du stehst direkt an der Tanke, am Schild? also du kannst hier glaube ich mit Luft sitzen ja hast du schon all day rum? da vorne fährst du ich kann dich gleich mitnehmen, dann können wir nach Berenzino fahren Sprit habe ich noch ich guck hier erstmal was es hier gibt ja guck mal ich fahr hier jetzt schon ein bisschen rum oder versuch wissen die Zombies mal abzuhängen warte ich fahr hier mal hinter dem Hügel das muss so feuchtig sein oh schienenlos ich will vielleicht nicht mit meinem Motorrad hier oben fahren Beck noch verfolgt? oh scheiße ja werd ich ja sonst noch was schönes von Wert wenn du eine Panzersperre auf der Straße legen ja hat nicht so viel Sinn jetzt ich beeil dich aber ein bisschen ewig hätte der Stutt auch nicht wo muss ich denn hinlaufen? wo wusstest du jetzt denn? ne cool dich gleich ab, ich werd dir grad von so ein bisschen ja mach mal warte ich fahr hier direkt vor der Haus du musst dann nur schnell mit dem Mausrad drehen und dann äh irgendwas mit als Beifahrer drauf kannst du hinten drauf setzen und beeil dich bitte ein bisschen bist du hier? du sollst nicht die Panzersperre verlegen so kannst du jetzt hier mit dem Mausrad ja der Motorrad auf nach Berenzino ja vor allem das Ding musste ich nicht mal reparieren ich musste nur Eisen nehmen und dann ging es los so wir fahren jetzt bis nach Berenzino durch das wird eine schöne Strecke ich hab mir gesagt ne Panzersperre dabei ey wir haben hier nur Sprit oh das wird wunderschön hier auf nach Berenzino warte mal jetzt machen wir erstmal hier im Rand vorbei da vorne ist ein Haus mit einem Dollar da soll man jetzt drinnen sein also da hättest du viele gute Sachen auf der linken Seite wollen wir da mal anhalten? ja da vorne ist die Fabrikgebäude auf der linken Seite mit den Glasscheiben wo du durchgucken kannst ich park dein Motorrad hier mal ein bisschen außerhalb oh hier sind so ne komischen Zelte das ist nie los ich versuch mal ich muss hier irgendwie die Engine off nein verdammt hier ist weil der ist ein Eject äh das würde ich nicht machen ich glaube das abspringen so die Zombies sind ja oh wunderschön ja krasses Motorrad haben wir auf jeden Fall ich hab glaube ich noch einen Knister dabei weiß ich nicht so genau aber das ist eine Sache wir können auch auf den Schienen lang gewesen darf ich auch gleich mal ne Runde fahren? ja klar Vorsicht die Maussteuerung ist da sehr komisch ich glaube Spieler sind hier Kinder ich glaube wir können hier relativ unvorsichtig sein das finde ich jetzt bald tot ja hier können ja schon Zombies also wir sollten vielleicht mal wieder unsere berühmte Killer-Axt finden ach ist das schön Motorrad ach ist das schön Motorrad ach ist das schön Motorrad ja vor allen Dingen ohne was die Leistete als für zu haben mit Soßen Motorrad ist das echt geil wenn du nix machen musst aber hier ist irgendwie nischt er leckt gerade ganz schön echt? du leckst bei mir ganz schön hm vielleicht nicht der beste Sauber also im Sinne von genau Dick Springer nein Dick hier ist ja absolut nix ich glaube hier können wir da eigentlich wieder raus gehen also ich sehe hier noch nicht mal auf welche Haufen nö huah hu 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 das ist gar nicht naja lass andere die Beule machen wenn hier nur Schluss ich darf nicht ja ohne Schnee hmmm naja wenn hier schon nix liegt dann wird uns nachher erst recht nix liegen ne ich lauf hier mal ne Runde ich werde wahrscheinlich gleich von Zombies verfolgt aber die können wir ja abhängen mit dem oder ist es schon einer? da haben wir ruhig gesehen ich renne mein Gebäude gegenüber das ist so ein das ist hier so ein hier sind so ne Förderstraßen ah ich sehe was warte liegt hier schön nix ah leere Dosen nur hier sind so ne Förderbänder nach oben 3 Stück an der Zahl aber ist auch leer ich renne jetzt grad durch das Gebäude durch und jetzt uff hier hinten ist noch so ne kleine Hütte naja ich glaube hier ist ja nischt ich glaube ich werde doch grad schon wieder verfolgt nö ach schön ich stehe jetzt in der Höhle in der in der Halle mit den 3 mit den 3 Dingern da rum ich verfolge kein Zombie ich hatte grad einen an der Hacken da ist er doch hallo ach hier ist ja noch ne Toolbox die sollten wir vielleicht mitnehmen das bist du wa? ja ja das sind nur leere Dosen die kann man anheblich irgendwie werfen aber ich hab noch nicht rausgefunden welche Tasten dann kannst du mit den Zombies anlocken ah klasse machen wir auch sicherlich immer ohne Waffen immer ich vermisse anlocken ne du kannst nicht damit weglocken meine ich warte hier oben ist noch so ne ne da oben ist nix ja was muss ich doch hier noch heben hier soll aneblich noch ein cleanet Haus sein hier ist noch mal ein grüner Punkt also ein gelber Punkt hier ist doch noch eins mit Stacheldraht drinnen weil wenn wir Stacheldraht legen wollen dann können wir das jetzt machen hier ist nämlich noch ne Rolle hier ist noch ein Haus dann geh ich noch mal kurz rinnen oh hier ist noch ein Kanister das ist sehr gut den nehme ich mal mit dann können wir nämlich noch länger fahren ja wir rennen durch die große Werkhalle durch hm die mit den welche denn eigentlich ach hier die die mit den drei Dingern hier hm hier schon ja ich bin doch auch direkt hinter dir ja du darfst dann fahren jeder mehr da irgendwie hm vielleicht doch mal der Server lag da da war jetzt nicht so ein bisschen Information hm 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 hier ist grad was ich spau- hm hm größtenteils Knickleuchter G17 Magazin Schmerzmittel äh wie weit wie nah an mir dran steht in der Zombie der Zombie kommt langsam rein er geht grad durch die Tür rein guck mal jetzt können wir hier nochmal hochgehen hier ist glaube ich bald gespawnt das ganze Zeug wieder weil jetzt liegt hier wissen leere Dosen rum das ist ja schon mal was aber doch hier ist noch also nimmst du noch den anderen Kanister mit ich weiß ja nicht wie lange unser Sprit eigentlich hält ja guck erstmal nach hier oben der 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 aber das ist nicht da das hier hier Bist du hier oben? Ja. War neblich ein Symbol, als ob ich mir das Bein gebrochen hätte, aber da ist kein Damage und nichts. Ach so, du äh... Granate, Painkiller, Smoke Grenade, Hunting Knife. Oh, Smoke Grenade ist... Kann ich Hunting Knife als Waffe benutzen? Ne, leider nicht. Wie klettert er denn hier runter raus? Der hat die Granate geworfen! Der hat die Granate geworfen! Ist das ne Splitterranate? Jut! Mein Blatt ist bei... Oh oh, mein Blatt geht runter. Ich blute. Und ich lieg hier sehr komisch auf dem Elender. Äh, das war ne Splitterranate, Matze. Doch, ich blute. Äh, ich versuch dich noch zu retten, aber du bist bewusstlos. Warum sucht der die Granate? Ich hab die gar nicht ausgerüstet. Also ich hab die nur eingedackt und mich aus dem Menü raus und auf einmal hat er die geworfen. Drag Body, Check Pulse, Bound... Bound... Äh, Bound... Äh, bin... Kann ich dich noch retten, wie viel Blut hast du noch? Noch 9700. Och, das geht ja noch. Ich dachte, du bist komplett hin... Check Pulse. Hat aufhört. Aber das dauert noch richtig lange, bis ich aufstehe. Fünf Minuten, glaube ich. Ich glaube, ich mach da mal ein bisschen... Kann ich ziehen, jawoll. Falsche Richtung. Andere Richtung. Von da hinten kehrt du von mir langsam hoch, wenn du guckst. Ey, du bist schweb... Ne, doch nicht. Sehe ich jetzt leider nicht mehr. Ich guck jetzt gerade in die Richtung, also weg in die Richtung, von der du mich gezogen hast. Ja, ich hab ein bisschen Angst, dass das voll schief geht. Eigentlich brauchen wir dafür um so ein Mittel und ich wach... Jetzt war der Hälfte. Achso, dann dauert das echt nicht lange. Ich zieh dich mal hier... Muss ich mal kurz gucken, wo ich dich da lang... Ja, ich zieh dich mal die Treppe bis zur Treppe. Boop, 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 boop. Aber angeblich hab ich mir ein Bein gebrochen. Ich hab einen Knochenbruch. Oh... Knochenbruch ist da drauf gemalt. Und... Nein, der hingeht aus. Gibt es welche Schaufeln, die aufeinanderprallen mit drei so einen Strichen hier auf der Seite weg. Äh, ich glaube, das ist... das ist, glaube ich, eine Prellung. Die geht von alleine weg. Ich weiß ja nicht, ob ich die Treppen so einfach... Aber auf jeden Fall Knochenbruch. Sie kriegen einen Knochenbruch weg. Äh... Äh... Ne, mit, 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 mit so ein... Wir müssen mal im Krankenhaus gucken. Das ist mit... Irgend so'n lustigen Mitteljährter. Äh, Mann, wie heißt das denn? Nicht mit Painkillers? Doch, mit Painkillers. Wann bist du eigentlich fertig mit deiner Bewusstlosigkeit? Wie lange dauert denn das hier noch? Na gut. Kann ich dich ja, glaube ich, langsam mal liegen lassen. Warte, ich kann hier irgendwie noch was mit Check Pulse machen. Jetzt... jetzt fällst du hier wieder um, dann legst du dich hin. Das sieht ganz komisch aus bei mir. Ich hoffe, der Zombie ist nicht so schnell unterwegs. Ich verstehe auch nicht, warum er die Granate geworfen hat. Wirklich echt nicht. Ja, vor allem, ne, unbedingt, warum die Granate gerade, warum nicht die Rauchgranate? Äh... Ich finde das doch auch nicht. Also... Pulse is strong. Hervorragend. So, ich geb dir jetzt noch ein paar Schmerzmittel. Das wird dich zwar nicht nach vorne bringen, aber das, äh... Warte, jetzt steh gleich wieder auf... also jetzt ist das Ding durchgelaufen, warte. Joa, aber ich... Ich glaub, du kannst immer noch nicht aufstehen, oder? Ich hoffe, du kannst noch Motorrad fahren, sonst haben wir... Ne, das. Ähm, hm. Kann ich dich an die immer noch schleifen? Ja, ich kann dich immer noch schleifen. Äh, schleifen. Wir müssen doch hier... warte, ich lock mal den Zombie weg. Der folgt mir gerade. Mhm, das ist aber wirklich echt ein Problem. Koffel? Ja, der rennt mir hinterher. Versuch mal, die Treppe langsam runterzukriechen. Wenn das geht, wenn nicht, muss ich dich runterschleifen bis raus... Und dufes Motorrad kannst du auch mit dem Knochenbruch greifen. So unlogisch ist das Spiel. Da ist er. Vielleicht... Naja, ist echt unwahrscheinlich, dass ich hier irgendwas finde, um dich wieder zu reparieren. Hm, doof. Der bei der Granate hätte echt nicht sein müssen. Warte, Alter, das war... Du bist ja jetzt rausgefolgt, oder? Ja, der ist hier gerade unten in der Eingangshalle. Der folgt mir auch noch. Weg mal stark hoffen, der Kollege. Der da einfach zu anderen... Ich krabbel zur anderen Tür raus, Richtung Motorrad. Äh, mach das mal. Ich lock hier nach der Zwischenzeit die beiden Kollegen weg und äh... Ich renne hier mal durch die Halle. Folgen die mir auch alle? Ja, perfekt. Der andere geht in die Halle rein? Nicht gut. Bist du jetzt da draußen? Ja, ich krabbel hier lang. Ich kann eh nicht schneller. Ja, ich renne hier in der Zwischenzeit noch ein paar Mal um den Block und dann hoffen... Hinter dir Leute, komm mir noch hinterher. Ja, ich weiß. Nee, der hat gerade aufgehört. Ist schlecht. Was sind die denn eigentlich noch für Kisten? Kann man die auch durchsuchen? Nö. Hm, schade. Ich bin... ich knatter gerade... ich bin gerade unterwegs zum Moppet. Ey, ich hoffe du kannst da aufsteigen, wenn nicht äh... Ich hab ein bisschen verhindert, Alter. Warum? Der beiste, der aufgetaucht hat, den du mich gezogen hast. Ja, ich habe keine Grenade geworfen. Na doch, das war eine. Also... Nächstes Mal fass ich so'n Ding ja nicht an. Weißt du, wie bei mir ich fiebt hat? Oh, da ist das Moppet. Oh, ich renne da schon nah dran. So, jetzt bitte von dir positive Rückmeldung, dass du da draufsteigen kannst. Kannste? Sag ja. Ich bin gleich am Moppet. Ich bin gleich am Moppet. Ja, ich seht. Ich bin gleich am Moppet. Ich bin gleich am Moppet. Ich bin gleich am Moppet. Soll ich fahren oder soll ich... Ja, fahr. Der Beibuch ist mir scheiße. Ja, das wird sich schon nicht auswirken. So. Auflad Berenzino und dann zum Krankenhaus. Soll ich die Motor doch annehmen? Funktioniert zwar, aber brems es nicht. Was? So, fahr los. Vorsicht. Bitte nicht über die Brücke runterfallen. Da ist gleich ne... Ich hab echt Angst bei diesen Schienen. Uuuuuh. Wuhu. Wuhu. Lass mal lieber Straße fahren. Mit... Offroad ist aus. Wuhu. Übrigens... Gib mal ein bisschen Stoff hier. Wuhu. Wuhu. Ja, Mann, Alter. Das bleibt richtig behindert, Alter. Ja. Wuhu. 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 Wuhu, ins Wasser drauf aber mit der Kiste nicht fahren. Jetzt ist... Nicht längs. Alter. Ja, fahr am besten du. Ich geh mal hier raus, Alter. Engine off. Get out. Fahr du. Ich glaube wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir können so... Get in Motorcycle as Driver. So. Kann das doch auch nicht. Ich kann nur nen Hubschrauber fliegen. Das ist nicht mal gut. Das... Aber da können sie sogar Stoff hier eben noch. Guck mal. Nach Nizinovo und danach kommen wir nach Bresden hier auf, dann müssen wir links abliegen, bevor wir dann in den Ort kommen und dann kommen wir auf das Krankenhaus direkt aufzu. Also ich bin deine Führer, äh, deine Karte, deine Führer. Führer? Komm mal den Bein los, nach vorne! Du, hast du eigentlich vorhin den Sprit noch mitgenommen? Dann wirst du, wie weit wir jetzt fahren können? Du Sprit hast du nicht mitgenommen? Ja, ich hab auch noch welchen und die ist nur noch ganz oben, ist das hier. Und ich wusste nicht, wo der Sprit lag und irgendwie war danach mein Bein kaputt. Ich hatte andere Sorgen, außer Sprit. Ey, guck hier grad mal seitlich, ob hier noch irgendwas schönes ist, aber jetzt sieht ich nicht Süd aus. Oh, warte mal, da hinten ist noch ein Bauernhof, da müssen wir noch mal kurz vorbeigucken. Ich bin nur jelbe Häuser. Ja, aber der Bauernhof, der da, der Essen brauchen wir auch noch und Bauernhof, da gibt es meistens Waffen. Da hast du gesehen, das Moppet fährt nicht so weit überschienen, das war vielleicht vorhin unser Problem. Und wisst ich nicht, warum der bei mir immer so kraftgelenkt hat, ey, ich hatte neue Lenker, wo ich gar nicht auf die Tasse drückt habe, wisst du? Warte, steig die kurz aus. Ja, ich erkunde hier mal das Haus. Du liegst auf dem Boden, wie willst du denn da was erkunden? Ne, hier ist auch nisch. Ja, das ganze kein... Oh, naxt, perfekt, die nehme ich mal an mich. Einfach aus Sicherheitsgründen. Das läuft ja. Bis jetzt sind wir kein fiesen Spiel am Begegnet. Aber, wenn man mal bedenkt hat, dass ich gerade keinen rechten oder linken Fuß mehr habe. Das ist die Eile am Motorrad. Das ist doppelt so viel wert. Hier liegt noch ein bisschen, oh, hier liegt noch ein bisschen was zu trinken. Holst du der Mann in der Scheune ab? Ja. Bis dahin muss ich durchlaufen sein. Ich mag auch auf Magazinen. Kannst du mit dem Hülerschreck hier nachher durch den Stall krusen? Ne, das möchte ich bitte nicht machen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Ist hier eigentlich nur ein Wort? Nö, okay, ich fahr rum mit dem Hülerschreck. Als das Moppet auch noch heiler war. Ich dachte eigentlich, es waren nur kaputte Dings. Oh, das könnte schwierig werden. Ich muss ja irgendwie rückwärts fahren. Ah, ich kann rückwärts fahren. Okay, also... Ach, das ist bestimmt. Ich sage leider nur Schmerz. Konjunktur neben Karren hier war leer. Ja, ich habe auch eine Stiftung, wo ich gerade... Ich krabbel nicht auf das Stück Beton, was hier ist. Ja, okay. Ich muss noch ein bisschen feuchtig sein. Ich darf hier ja nicht überfahren. Das wäre ein bisschen kritisch. Ich glaube, dann ist dein Beinbruch dann die jeringste Problem. Zack, da sitzt er wieder drauf. Ohne die Hilfe, Freunde, alles. Steige ich hier einfach auf. So, mal gucken, wie wir auf diesen Feldweg hier wieder runterkommen. Aber hier sind wir hier. Wir schicken. Vielen Dank.